Work für ein Jahr. Das ist in Ordnung. Irgendwie ist das aber nicht so in Ordnung. Ja, dann komm hier. Da. Was? Ja, also sein Pass stimmt, aber die Eintrittspapiere nicht. Ah doch, da. Warte, nein. Das ist der Name, der auf dem steht und der Sean Column ist das, was da drauf steht. Oh, okay. Wir können ja nochmal... Ja, das passt. Also das ist in Ordnung. Der Code ist auch in Ordnung. Aber warum hat denn der Typen all die Astridner nix zum Verheimlichen hat? Tja, vielleicht ist es ein politischer Flüchtling. Der wird nicht umsonst hier arbeiten gehen wollen. Kommt der nicht gleich her? Naja, egal. Nächster. Wir verdröhlen hier ganz schön Zeit und die Familie friert, ne? Clark Arlon. Alles klar. Stay for a year. Alles klar. Das ist okay. Florian Antegria. Florian Antegria. Florian. Ja. Ähm. Hmhm. 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 Sieht gut aus. Und tschüss. Warum bleibt denn der Dari? Ach, er schon wieder. Hmhm. Ne, weiß nicht. Diskutier jetzt mit dem gar nicht mehr. Hmhm. Hau ab. Ich glaube zu. Nächster. Hallo, Nächster. Der Tipp geht mir einfach furchtbar auf die Nerven. Ähm. Du hast da was vergessen. Du willst Immigration. Was ist das denn? Das kenn ich noch gar nicht. Denials only. Denial? Äh, they took away my passport. Temporary. Weal. Hannah. Hmhm. Kannst du mal den Finger abdrücken? Ne. Denials. Was ist denn? Denials. Denials. Hmhm. Naja, das ist auf jeden Fall für, also ein Visit für ein temporärer Visit. Also. Ja, dann, dann stelle ich ja den mal aus. Dann. Was soll ich machen? Oh Gott. Hätt's ja wegschicken können. Missing Passport. Ja. Wieso krieg ich dann so ne Unterlage, dass ich ihr nen vorläufiges... Ey, guck mal. Hier ist der Dari. Und tschüss. Noch ein Gutschein. Dann kann ich ja zweimal zu der netten Dame gehen. Missing Passport. Wieso geben die mir dann überhaupt so die Möglichkeit, die Leute temporär durchzulassen? Hm. Ja. Ach so. Ähm. Ja, ob Bristan und Lon, dass das passt? Ist ein Kerl. Ah, Ron, Luing. Aber die Nummer stimmt nicht. Oh. Ja. Soll ich ihn wegsperren, oder? Ja, wegsperren würde ich jetzt nicht, aber... Ja, zumindest nicht durchlassen. Ablehnen auf jeden Fall. So, ein paar Mal noch. Hi. Die Nummer stimmt. Ist männlich. Das Datum stimmt. Er ist hier wegen Visit für, äh, drei Monate. Ja. 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 Lass ihn ran. Muss man vielleicht noch einen kriegen. Aufs Land habe ich jetzt nicht geguckt. Hast du aufs Geschlecht geguckt? Ja, ne? Männlich war pass... Also, das Geschlecht hat gepasst. Tansen... Transit just two days... Ne, visiting friends. Was? Hä? Ah. Okay. Und es hat Boom gemacht. Wir heizen mal ne Runde ein. Und dann tun sie noch nicht. Jo. Wollen wir für heute Schluss machen? Human Trafficking... Äh... Warten noch ne Viertelstunde, wir haben fast ne Stunde voll. Okay. Human Trafficking... Human Trafficking... Da steht Ficking drinne. Ring Shutdown. Ah! Ah, wir werden in der Zeitung erwähnt, dass wir den Typ da geschnappt haben. Hm. Ehre! Das bringt aber nichts, wenn man nicht die Kohle kriegt. Ja. Wir werden einfach zu schlecht für unseren Job bezahlt. Das finde ich ein bisschen... Das finde ich ein bisschen blöd, wenn man... Wenn man sowas macht, könnte man zumindest irgendwie einen Bonus bekommen oder irgendwas. Ja. So, was haben wir denn hier? Da fängt es doch schon mal an. So, während der in der Kabine sitzt, können wir schon mal den Rest prüfen. Ja. Was hat er gesagt? Visiting for three months. Oh, es ist ne Frau. Oh, es steht auch im Pass, dass es ne Frau ist. Hier hast du dein Foto. Kannst du deinen Freunden gerade mitbringen? Da. Achso. Das brauchst du auch noch, ne? Hier, bitte. So weit passt alles. Na, ich hab jetzt nicht auf die... auf die ausstellende Stadt geguckt, aber naja. Das ist wieder der, der was... ein komisches Bild auf den Pass hat, glaub ich. Wenn er überhaupt einen Pass hätte. Wenn er einen Pass hätte. Ich glaub, es hackt nein. Ne. Das mal nicht. Nicht nochmal. Den Fehler mach ich, kein zweites mal. Ja. Das ist definitiv ne Frau. Wenn nicht, fress ich nen Besen. Lisa Dobironova. Ja, so weit passt alles. Also zumindest 24 Jahre, wenn die Dinge hier dann geht. Work for one year. Yurko City. Oh, oh, es tut mir so leid. Es tut mir so furchtbar leid. Moment. Ähm. Naja. So, dann gucken wir uns mal die anderen Sachen noch an. Jetzt können wir auch sicher gehen, ob's wirklich ne Frau ist. Jep. Hm. Hat keine Waffen dabei. So, nimm dein Zeug. Nächster. Oh. Ich brauch ne Gehaltserhöhung. Echt mal. Ganz dringend. Oh, die gehört sogar hierher, oder was? Paradiesner. Wollen wir mal gucken, ob das überhaupt zu uns gehört. Ja. Gehört's. Okay. Ähm, Geburtsdatum. Jupp. Größe. Ne? Okay. 71 Kilo. Name passt. Was hast du jetzt an der Große? Was verstehe ich jetzt nicht ganz. 1,67. Guck mal, ihre Haare gehen auf jeden Fall schon mal bis zu 1,70. Naja. Deswegen war ich jetzt ein bisschen... Hm. Weiß nicht. Ja, Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Hier, das ist das... Ja, was soll das? Ach, okay. Das wär ja fast schief gegangen. Das kommt davon, wenn man müde ist, oder es ist männlich. Oh. Äh, hier, bitteschön. Alles cool. Kleiner, komischer Mann. Aber gut. Ja, mit langen Haaren und pinken Pulli, ne? Lotte, Ritter. Die Lotte! One year for a job. Alles, Roger. West Creston in Kohelias. West Creston in Kohelias. Die Lotte, die Lotte. Okay. Da haben wir nur ein Problem. Wir müssen dich durchsuchen. So. Random. Alles random hier. Die Nummer stimmt. Das Datum stimmt alles. Dinge, die ich gar nicht sehen möchte. Nackig siehst du auch nicht grad hübsch aus, aber hast keine Waffen dabei. Das ist aber kein schönes P-P-Stempel jetzt gewesen. Nee. Tschüss! Genauso unschön wie das Bild. Wenn ich unschöne Sachen zu sehen krieg, dann kriegt die auch unschöne Sachen zu sehen. Was bist du denn? Das stimmt aber schon mal hier irgendwas gar nicht. Frey, Seva. Otta Gross in Antegria. Antegria. Okay. Visiting two months. Puh. Ich hab irgendwie Probleme mit dem Foto. Soweit stimmt alles. Ja gut, waren wir beim Friseur, aber... Old Picture. Da, bitte. Seva. Ja, passt alles. Nope. Hm? Was? Das ist die nicht. Fingerabdrücke stimmen nicht überein, die die sie gegeben hat. Okay. Also du forderst ja die Fingerabdrücke der Person an, mit ihren unterschiedlichen Namen, und dann musst du die Fingerabdrücke, die die Person dir gegeben hat, mit den vergleichen, die du angefordert hast. Richtig kompliziert, das wär mal zu kompliziert. Wo der Chefkoch? Visiting für drei Monate, das passt, Datum passt, Nummer passt. Aber dein Name stimmt nicht. Doch. Safar Di Shedi. Nein, das ist, nee, das ist Chefkoch Antoine. Okay. Yurko City. Oh, wir haben noch ein Problem. Mirko City? Mirko hat eine eigene Seite, äh, statt jetzt. Yurko. 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 City in... Goelia. Okay, gibt's wirklich. Jetzt warten wir noch das Foto ab. Den Typen will ich nicht... Hier, guck mal was der er hat. Da guck mal, was da vorne liegt.